Zum 42. Mal lädt der Lauf- und Walking-Verein der Kurstadt Bad Liebenwerder ein zum Elsterlauf. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause kann dieses größte Laufevent im Elbe-Elster-Kreis nun endlich wieder stattfinden. Eingebettet ist der Lauf wie immer in das alljährliche Brunnenfest, welches ebenfalls wieder stattfinden kann. Interessierte Läufer können sich bis zum 20. Mai über die Homepage elsterlauf.de anmelden. Nachmeldungen für Kurzentschlossene sind auch am Tag des Laufes möglich. Im Angebot sind diesmal 11 Kilometer Wandern, ein gut 21 Kilometer langer Halbmarathon, ein AOK Gesundheitslauf über knapp 6 Kilometer, ein Sparkassenlauf über 11 Kilometer, zwei Nordic Walking Strecken sowie ein 30 Kilometer Familienradeln. Die Strecken selbst führen durch die Kurstadt und die angrenzenden Orte.